Mitte 2020 fand für das Einkaufszentrum Griesbacher Hang in Schneeberg ein Eigentümerwechsel statt. Die FIM-Unternehmensgruppe, Spezialist für Handelsimmobilien, legt als neuer Eigentümer den Fokus auf den Dienstleistungsaspekt des Zentrums und will diesen künftig weiter ausbauen. Nach Eigentumsübergang wurde zunächst der Erhalt der Lebensmittelnahversorgung priorisiert. Nachdem Rewe sich entschieden hatte, den Standort aufzugeben, konnte mit Nahkaufbetreiber Thomas Sachse ein neuer langfristiger Mietvertrag an diesem Standort abgeschlossen werden. Der Erhalt des Lebensmittelvollsortiments stärkt die Bedeutung des Einkaufszentrums und trägt weiterhin zur Versorgungsfunktion des Zentrums bei. Die langjährig leerstehende ehemalige Teddyfläche konnte an den lokalen, inhabergeführten Fitnessbetreiber Kraftwerk24 vermietet werden. Hier wird ab Frühjahr 2021 mit einem flexiblen und automatisierten 24-Stunden-Fitnesskonzept Gerätetraining zu jeder Zeit und bei Bedarf die Anleitung mit einem Trainer ermöglicht. Der Umbau durch den Mieter hat bereits begonnen. Die bestehende Mieterstruktur aus Ärzten, Physiotherapie, Apotheke und Sozialeinrichtungen soll durch die Nachvermietung der aktuell noch leerstehenden Mietflächen ergänzt und kompletiert werden. Hierdurch soll die Versorgungsfunktion des Griesbacher Hang weiter gestärkt werden. Für eine Fläche von ca. 343 Quadratmetern sowie kleinere Mieteinheiten werden derzeit noch Mietinteressenten gesucht. Die FIM-Unternehmensgruppe hatte die Einzelhandelsimmobilie im Juni 2020 in einem Paket mit 27 weiteren Objekten erworben.